Es wäre unprofessionell von mir, den Link zu kappen, oder? Ziemlich. Verdammt! Das nächste Mal erwarte ich, dass riesiges Ungeziefer in der Missionsbesprechung erwähnt wird. Das ist ja auch nicht weiter, wenn du nicht schreibst. Das ist ja auch nicht weiter, wenn du nicht schreibst. Das ist ja auch nicht. Ja, 6.000 Schaden. Nochmal 6.000. War das denn geschossen mit deinem Ulti, oder was? Sniper. Oder wo haben wir das gerade auf ihn geschossen? Sniper. Aber Sniper hast du. Ja. Die hat aber nur vier Schuss. Ich habe hier nur was. Ich habe hier nur ein Schnellschuss. Ich habe hier nur geformt. Das ist ja auch nicht. Oh, mir ist ein Thief. 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 Halt ein Trader. Ich kann ja wohl nicht mehr. Hallo? Ich brauche Moni. Die falsche Sekundärlage. Oh, zumindest weiß der eine was er tun muss. Der eine hat schon die ganzen Dinge um eingesammelt, das liegt immer gut zurück. Eine. Jetzt sind die Leute, die ich gerade hingebracht habe. Ich brauche. Das war's. Was ist das? Das war's für heute. Das war's für heute. Such weiter nach den leuchtenden Dingern. Echos. Ja, genau. Das war wundervoll, Trevor. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Genau. Ich denke, der muss noch einen haben. Ich hab nix. 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 Ich hab mir selbst auf die Schulter. Aber erst kümmere ich mich um die Scar. Ich hab nix. 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 Ola! Alter Schwede, das ist mal richtig was ungewohntes. Ich hätte jetzt nur noch eine andere Sekundarwaffe nehmen müssen. Dann wäre das richtig ideal. Wäre ich jetzt richtig geil mit denen herumgekommen. In wie fern? Der ist richtig flingend. Ich habe hier gerade richtig aufgeräumt. Okay. Schießt hoch! Okay, da tut vorgesehen. Oh, das war dann hier. Wir nehmen jetzt richtig Schaden. Für die Aktion habe ich aber auch richtig Schaden gekriegt. Oh, grüß dich. 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 Ach, grüß dich. Wow, scheiße. Das war's. Gelegt eingedämmt. Ich glaube, wir... Was war das? Es kam von unten. Woher auch sonst? Ich will dich nicht runterziehen, aber ich fürchte, das ist das Ding, das die Eier produziert. Wenn wir die Quelle nicht vernichten, dann kommen die Ska wieder, um neue Waffen zu machen. Faye, finde mir einen Weg in den Untergrund. Schon erledigt. Hier. Da! Hast du gerade geschrien? Der große böse Corvus-Agent ist wohl kein Freund von Skopetron. Na und? Sind ja schließlich keine Klauninchen. Denn kaum der Einzige wird eine Abneigung gegen sie.